Hallo ihr Lieben, heute soll es noch mein Interview von der Buchmesse geben mit Jennifer L. Armantrout. Wie ich ja vor der Messe in, glaube ich, gefühlt jedem Video gesagt habe, durfte ich auf der Messe ja meine Queen Jennifer L. Armantrout interviewen. Ich dachte, ich sage euch vorab noch 1-2 kurze Infos da dazu und ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes Ospa vorweg möchte ich ein ganz, 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 ganz großes Dankeschön loswerden an die liebe Jenny vom HarperCollins Verlag, die dieses Treffen für mich arrangiert hat, denn ohne sie wäre das nicht möglich gewesen. Also Jenny, vielen, 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 vielen Dank nochmal für dich, dass du mir diesen Traum erfüllt hast. Du weißt gar nicht, was du mir für eine Freude damit gemacht hast und ich glaube, ich konnte das an diesem Tag auch nicht richtig zum Ausdruck bringen, denn ich war fertig mit den Nerven. Ich war am Ende, mein Adrenalinspiegel war irgendwo hier oben, ich war komplett raus an dem Tag. Also wirklich, dieser ganze Messefreitag war danach für mich komplett durch den Wind. Ich habe überhaupt nichts mehr auf die Reihe gekriegt, deswegen liebe Jenny, falls ich das an dem Freitag nicht zum Ausdruck bringen konnte, richtig, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut und vielen, vielen Dank nochmal an dieser Stelle an dich. Du bist die besteste Bloggerbetreuerin von allen, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Ich fühle mich bei der Jenny am allerbesten aufgehoben von allen Bloggerbetreuerinnen, die es so gibt. Und ja, deswegen ein ganz, ganz großes Lob nochmal an die Jenny vom HarperCollins Verlag. Ansonsten vorab für euch noch die Info, dass die Sina für mich das Interview geführt hat. Wie ihr wisst, mein Englisch ist not the yellow from the egg, ne? Also, und da ich nicht die beste in Englisch bin, habe ich halt meine liebe Sina gefragt von dem Kanal von Wörthorn gefesselt. Ich verlinke sie euch nochmal unten in der Infobox. Ob sie mit mir zum Interview geht und mir bei dem Interview hilft und für mich das Ganze übersetzen tut. Und deswegen habe ich sie dann auch gebeten an dem Tag, weil mir einfach so schlecht war. Ich habe hier, ich war komplett, wie gesagt, fertig mit den Nerven. Ich habe nichts auf die Reihe gekriegt und deswegen habe ich sie auch gefragt, ob sie das Interview führen kann. Also, ob sie Jennifer Lamontraut die Fragen stellen kann, denn ich weiß nicht, ob ich im ersten Moment irgendwas rausgekriegt hätte. Während des Interviews ging es dann, da wurde ich dann auch etwas ruhiger und weniger nervös. Ich habe dann auch während des Interviews ein, zwei Sätze gesagt. Aber wenn ihr gleich das Interview seht, wundert euch nicht. Ich sitze die ganze Zeit da, tut die ganze Zeit ein bisschen debil von mir hingrinsen. Aber wer mich kennt, ihr wisst, ich habe sowieso eine Macke. Also, ignoriert das einfach. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach einmal das komplette Interview, was wir geführt haben. Ich habe mich entschieden, das Ganze so zu machen, ihr kriegt das Interview uncut. Das heißt, ich werde den anfangen und das Ende abschnippeln mit Hinsetzen und Aufstehen und so ein Kram. Aber ansonsten werde ich es komplett durchlaufen lassen. Und ich habe es überlegt, das Ganze zu untertiteln. Aber das ist eine richtig, richtig krasse Arbeit, weil man da ja auch wort für wort alles übersetzen muss. Und ihr wisst, mein Englisch ist nicht so gut. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir machen das so. Ich zeige euch jetzt einmal komplett das volle Interview. Und ich werde im Nachgang für alle, die wie ich jetzt nicht so die Besten im Englisch sind, nochmal ganz kurz erklären, mit was sie welche Frage beantwortet hat und was so halt sinngemäß ihre Antwort gewesen ist. Also nicht wort für witz, sondern wirklich sinngemäß. Was auch noch ein ganz, ganz wichtiger Hinweis ist, das Interview ist die ersten zwei Minuten, zwei, drei Minuten richtig kacke vom Ton. Jen, wir haben vergessen. Also ich habe vergessen, noch ein Mikro mitzunehmen. Und Sina hat dann mit dem Handy noch aufgenommen, den Ton extra, weil es ja so laut auf der Messe war. Und ja, sie hat dann aber das Handy erst während uns des Interviews erst eingeschaltet. Deswegen sind die ersten zwei, drei Minuten so richtig, richtig Mist vom Ton. Also entschuldigt da bitte auf jeden Fall. Aber es wird dann gleich nach den ersten zwei Minuten wird es besser. Und ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, Alter, hör endlich auf zu reden. Wir möchten das Interview sehen. Und ich möchte euch bitten, auf jeden Fall bis zum Ende dran zu bleiben, denn ich habe noch eine kleine Überraschung für euch. Also ja, jetzt kommt erst mal das Interview und ganz, ganz viel Spaß damit. Also, 15.50, depends on the mood. Instagram. Dancing. Schauer? Schauer. Schauer. Vampire or werewolf? Vampire. Christmas or Thanksgiving? Christmas. Do you like to write romance or fantasy? Romantic fantasy. I create my own. Okay. The characters of the book, Four or Dean Winchester. Four from Divergent or Dean Winchester? Theo James versus Julia. Oh lord. I could never choose. You won't make me. Either one. Pool or sea? Pool or sea? Pool. Are you more afraid of Pennywise? The clown? Or Samara? The girl from The Ring. Oh, Samara. Clowns don't bother me. And I think Pennywise is hilarious for some reason. I think it's funny. But that creepy kid that climbs out of the TV or the well. No, we're not about that kind of life. Stay there. Are you a mourning person or a nocturl? I'm actually both. I can stay up really late and wake up really early. Okay. Roth or Demon? Oh. From your own books. I would probably say Roth because I feel like Damon, like, he takes a lot to like. You know what I mean? Because he's such a jerk. Where Roth is just more playful and machievous and just into trouble. So I would say Roth probably. True. What about you guys? I'm Team Roth. Team Roth, what about you? They are more. Yeah. Do you want to die in the movie Saw or Final Destination? Oh, God. Probably, I feel like Final Destination would at least be quicker versus whatever's going on in Saw. So, Final Destination. We get the same answer. Yeah. You don't see what comes. Yeah, right. Like, Saw, I don't wanna go through that. Oh, yes. It was the one or the other one. Yes, you know, we have some normal questions. Okay, okay. Um, do you have a lot of appointments in Germany or do you have time to explore Germany here? I really do not have a lot of time. Okay. I have, like, today I'm doing interviews and different meet and greets all day and then tomorrow I have signings and a blog or breakfast and all different kinds of things. Sunday's the same way. Okay. Then I go to Cologne, Hamburg and Berlin and it's kind of one day after another after another. So, um, but we're going via train. Um, so I'm hoping to see a lot of that one. Okay. Could you imagine to write a novel with a male hero like Percy Jackson? Um, or do you prefer the female ones? I prefer the female ones. I mean, I, I like writing the male POV and so that's why you'll see me like in this series like live over to Seth and stuff like that. Um, but you know, I think I'll, I think I'm, I usually probably always write the female hero more. Um, but it's good to do the, the difference every once in a while. Both lines. But I think it's really the character. Like the character has to really speak to you and you have to do it. And Seth, at first I, I knew his character well from the Covenant series. So it was kind of easy going in and writing his too. Okay. Uh, do you use personality sheets for plottings? No. No, I wish I was that organized. I'm not. Good to know. I, I mean, I have them, but I never use them. Oh, and if I did, I would never look at them again. That's, yeah. Okay. Do you use Pinterest or something? No. Um, I use Scrivener. Ah, yeah. Yeah. So Scrivener has, um, character sketch sheets. Mm-hmm. And, uh, every once in a while I'll do a character sketch, but again, like, I end up never looking at that again. Like, once I write it down, I just never go back and look at it. It's just kind of a waste of time. All in your mind. Yeah. Okay. Uh, could you tell us on which text novel are you working at the moment? I just finished the edit on Retribution, which is the Lux series spin-off that's loose. Mm-hmm. It may not be called Retribution, I don't know yet. Yeah. And I am writing the final book in this series, the Titan series, so. Oh, good. Um, and it's the final book in the covenant world, the Titan world, so it's a lot of, um, it's kind of sad, you know. How many books? There's four books. Four. So, I think you have... We have actually two. Yeah. So, which one is the return? Um, the return is the first. Yeah. 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 And then, so there's the return, the power, and then the struggle. That's out in the U.S. already, so I guess it's coming out soon. The struggle comes in December. And then I'm finishing off The Prophecy right now, which is the final one. And it's hard because, you know, it's not just the Titan series, it's also the Covenant series, which was my first series or book I ever wrote. So, it's like this major, almost a decade worth of writing in this world. And Seth is a great director. Yeah. Seth is, he's a fun guy, right? Um, what was the most shocking moment in the series of Walking Dead for you? Um, you know, everybody says Glenn, but I've read the comics, so I knew that was coming Malawi. I think the most shocking moment for me was Beth. When Beth was shocked, I was so mad. I, I mean, it, and like, then Daryl does Ugly Fry Face, and then, yeah, and I was really rooting for Beth and Daryl to be together. I don't know what kind of age difference there was, but I'm like, it's the apocalypse who cares at this point. But, um, that was, that shock, that just, it was so sudden, and it was, I mean, I remember when it happened, I was like, like, I literally was like, I just had that, this little reaction to it of, are you kidding me? Like, that, and then the two girls, and she had to go out and look at the flowers, Carol, you don't watch The Walking Dead, do you? No, I don't. I do, yeah. I do, yeah. You watch The Walking Dead? Yes, yes. I'm, you know, I'm not 100% sold on that yet. It's, it's, it's like, it's like, it's trying to follow The Walking Dead too much. Okay. And I was really hoping for more build-up to it. Because I wanted to see, because you know how in literature you see it too. Everything is post-apocalyptic or dystopian. There's very few books, like The Fifth Wave, where it shows, like, yes, society crumbling around. And I think there's something fascinating about that. of, like, because what would you do when you start hearing these rumors that there are people eating people's faces, you know? You kind of would be like, in America, we'd be like, oh, that's meth. You know, that's just, that's just another day in Miami. But, um, but you know, like, what, at what point would you start being like, something's wrong. And I was really wanting more of that. And it just, I feel like it just skimmed right over that. And I was just like, that's just, I feel like I missed a lot of opportunity. Because if you watch The Strand, um, it's a vampire one that's on FX. Um, it's, I just started watching it. I hear it crumbled, but I don't see it. Yeah. The Strand. The Strand. Yeah, it's just, it's been on for a couple years. And I just started watching it literally last week. Okay. And what I like about it, it shows from the moment the plane arrives, and everybody's dead on the plane. And from that to, you know, these reports of strange outbreaks on the islands. And it shows society crumbling down and around, and how fast it happens. And I just think that's kind of fascinating to watch that. Because, you know, we hope we're never in that situation. Like, you know, like, because I would not last. I would be like, nope, I'm going to rock in the corner somewhere. You watch Game of Thrones? Yes. Yes. The Dragon. Um, yeah, the, this last season. A lot of people didn't like this season, but I kind of liked it, because I kind of liked the It was very fast. It was very fast. It was very fast. But I liked it because it had so many amazing dragon scenes. And like, like when she comes, like, I forget, I think it was like episode three where she finally flies the dragon, and Jaime Lannister, like his reaction when he sees that dragon coming is just like, you know, even waiting seven seasons for one of the Lannisters to see that dragon. And him just being like, you know, oh, we're so, we're so dead, you know, but. But Arya in the first, um. Scene? Scene, you know. Oh, yeah. When she's like, the North remembers. Yes. Awesome. I've always wanted to say that someone, like, when they tell me, like, like, they give me, like, bad news, and I just want to be like, Lannister, send the regards. Just randomly tell them because I'm a terrible person. It's like. But, uh, yeah, it's, and now that Game of Thrones has not come back on until 2019. Oh, so sad. We have to wait. So long. So you guys, does it air here on Sunday night for you, or does it air on Mondays? On Mondays. 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 Yeah. So we spoil every episode for you guys online. It's how we rolled. It's the same with The Walking Dead. The Supernatural album. And they'll go on Twitter. Don't do it. Yes. A book to sign? Yes. 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 Then we have that, for us. We have, um, we have a... okay this is a cool um when we're done can i get stephanie to have get a picture of this sure so i can share it because that's um that's pretty cool we have four these are pretty cool you love your books and thank you and this is a little gift for you that is amazing thank you i know you like samples yes yes and i love this this works guys is strong thank you guys i really appreciate it this interview with jennifer armadrott i hope it has a little bit of fun we have we decided to make these questions at the beginning because we thought we would get more questions and at the end we had time to ask our normal questions a little bit of a question i will read your answers to the questions at the end or questions und wenn sie da noch irgendwas dazu gesagt hat dann habe ich es mir hier notiert dann kann ich euch das auch noch sagen und zwar wir hatten 15 entweder oder Fragen die erste war Tee oder Kaffee da hat sie sich für Kaffee entschieden die zweite war Pizza oder Burger da hat sie sich für Hamburger entschieden die dritte war City Trip oder Beach Trip also Stadtreise oder Strand Urlaub da hat sie gesagt es ist so 50-50 da würde sie sich nicht festlegen dann haben wir Facebook oder Instagram da hat sie sich für Instagram entschieden hätte ich persönlich übrigens auch dann hat man Singing oder Dancing also Singen oder Tanzen da hat sie sich für Tanzen entschieden dann hat man Dusche oder Badewanne da hat sie sich für die Dusche entschieden ähm bei Vampir oder Werwolf hatte sie sich für Vampir entschieden bei Weihnachten oder Thanksgiving hat sie sich für Weihnachten entschieden was ich sehr sehr cool finde denn ich liebe Weihnachten ich bin ein Weihnachtskind also von daher jubi ähm bei neuntens ähm haben wir sie gefragt ob sie lieber romantische Geschichten mag oder lieber Fantasy und da meinte sie halt äh romantische Fantasy also Romance Fantasy was ja auch ihr bevorzugtes Genre beim Schreiben ist die zehnte entweder oder Frage war Thor von der Bestimmung oder Dean Winchester von Supernatural ihr wisst ich äh bin ein bisschen bekloppt was diese Frau betrifft und ich folge ihr auf Instagram und überall und wenn man das macht kriegt man natürlich auch mit was äh was sie sehr gerne mag und ich weiß dass sie ein riesengroßer Fan von Thor ist von Divergent und dass sie auch Theo Lawrence äh und dass sie auch Theo James absolut toll finde und äh deswegen war ich sehr gespannt auf ihre Antwort und ähm ja die Antwort war oh Jesus sie kann sich nicht entscheiden also sie könnte sich da nie entscheiden und sie könnte sich nie für einen festlegen deswegen hat sie da gar nichts genommen dann haben wir die elfte Frage die elfte Frage war Pool oder mehr da hat sie sich für den Pool entschieden ähm kann ich verstehen ich mag das mehr aber ich bin auch glaube ich so der Pool Mensch bei der zwölften Frage hatten wir sie gefragt ob sie mehr Angst vor Pennywise dem Clown hat oder vor Samara von Divergent Ring und ähm sie hat eindeutig gesagt Samara ist viel viel gruseliger das ist so ein so ein verrücktes Kind was aus einem Brunnen kommt und vor Clowns hat sie keine Angst die findet sie einfach nur witzig und lächerlich und äh ja deswegen hat sie vor Clowns keine Angst was ich persönlich nicht verstehen kann ich mag keine Clowns die sind so gruselig aber äh ja Samara aus dem Brunnen auf jeden Fall war ihre Antwort ähm dann hatten wir sie gefragt ob sie eher ein Morgenmensch ist oder eher ein Abendmensch da hat sie gemeint dass sie beides ist also sie ist Morgen wie Abendmensch und ähm ja finde ich auch okay die 14. und vorletzte entweder oder Frage war Roth oder Damon und äh ich bin ja Team Roth und Sina ist Team Damon deswegen wollten wir da mal wissen für wen sie sich entscheidet und sie hat sich für Roth entschieden wuhu ja sie hat halt gemeint ähm Damon ist ihr ein zu großer Jerk also zu großer Witzbold und er ist hier nicht ernsthaft genug und ähm da mag sie Roth halt einfach mehr und ich kann das verstehen ich liebe Roth wuhu ähm und die letzte Frage war ob sie lieber in einem Saw Film sterben würde oder in einem Final Destination Film und äh sie hat das gleiche geantwortet wie Sina und ich ähm und zwar sie würde lieber in einem Final Destination Film sterben denn das ist kurz und schmerzloser als bei Saw nach den entweder oder Fragen hatten wir sie noch ein paar normale Fragen gefragt und zwar hatten wir sie gefragt ob sie nur Termine in Deutschland hat oder halt ob sie auch die Möglichkeit hat sich hier irgendwas anzugucken und ob sie halt auch ein bisschen Freizeit hat ähm sie meinte dann halt sie hat keine Freizeit so gut wie also sie rennt wirklich von Termin zu Termin sie ist ja auch äh jetzt äh in der Woche nach der Buchmesse noch in Berlin gewesen in Hamburg in München also sie kommt ja wirklich komplett einmal durch ganz Deutschland jetzt auf ihre Tour und ähm ja da hat sie halt wirklich einen Termin nach dem anderen und sie hat nicht wirklich Zeit sich irgendwas anzugucken vielleicht zwischendurch mal irgendwie aber sie meinte sie reist die ganze Zeit mit dem Zug und sie hofft dass sie dadurch dass sie ja im Zug sitzt da auch ein bisschen was von Deutschland noch sehen kann also ja die arme Frau rennt wirklich von einem Termin zum nächsten weil dann hatten wir sie noch gefragt ob sie sich vorstellen könnte eine Buchreihe oder ein Buch generell aus der Sicht eines männlichen Protagonisten zu schreiben also so wie Percy Jackson zum Beispiel denn sie schreibt ja in ihren Büchern ab und an auch mal aus wechselnden Sichtweisen von ihr und ihm und sie meinte da halt ähm sie kann es sich nicht vorstellen ein komplettes Buch aus der Sicht eines männlichen Protagonisten zu schreiben denn sie kann sich in weibliche Figuren einfach viel viel besser hineinversetzen und ähm mit denen kommt sie einfach besser zurecht ihr macht es Spaß beide Sichtweisen zu schreiben und es ist für sie auch sehr sehr abwechslungsreich aber so ein komplettes Buch nur aus der Sicht von ihm zu schreiben kann sie sich halt nicht vorstellen dann hatten wir sie noch was äh gefragt was so in Richtung wie sie schreibt geht und zwar ähm wollten wir wissen ob sie Personality Sheets also so Charakterbögen fürs Plotten benutzt also wo man wirklich ähm eine Seite hat wo man seinen Charakter komplett definiert wie der ist was der für Hintergründe hat und sowas und da hat sie clever gesagt nein das nutzt sie nicht also sie hat sowas zu Hause aber sie benutzt es nicht sie benutzt auch kein Pinterest oder irgendwas wenn sie sich Stichpunkte zu Charakteren irgendwie mal machen möchte dann macht sie das in Schreiber das ist ihr Schreibprogramm was sie benutzt dann schreibt sie dort mal zwei drei Sachen rein aber eigentlich hat sie alles im Kopf und wo ich das gehört habe dachte ich nur so wow krasser Scheiß sie hat wirklich alles im Kopf das ist heftig also ich weiß nicht ob ich das könnte aber diese Frau ist ja sowieso der Wahnsinn also von daher das ist so krass sie hat alles im Kopf also fetten Respekt dafür ne und dann hatten wir sie natürlich noch gefragt an was sie im Moment arbeitet und da hat sie gesagt sie hat gerade das Spin-Off zur Lux-Reihe beendet und ich hab jetzt mal gegoogelt was das für ein Buch ist und zwar ist das ein Spin-Off in dem es um Luke gehen wird ähm ich weiß nicht wer Luke noch kennt Luke ist ein Origin er ist so dieser kleine Hintergrund-Mafia-Boss gewesen und ich fand Luke schon richtig richtig cool und das spielt wohl einige Jahre danach obsidiert und wie gesagt es ist ein Spin-Off zur Lux-Reihe in dem es um Luke geht und äh ich freue mich schon sehr denn ich fand Luke als Charakter wirklich richtig cool und äh bin jetzt mal gespannt und hoffe dass natürlich ein deutscher Verlag sich das Recht an diesem Buch sichern wird und das mit rausbringt denn ja ich würde die Geschichte von Luke auf jeden Fall lesen und äh ja das hat sie jetzt vor kurzem beendet dieses Buch und aktuell schreibt sie gerade am vierten und letzten Teil der Titan-Reihe also der Götterleuchten-Reihe ähm ich glaube das Buch soll nächstes Jahr im Sommer in Amerika erscheinen also wird es noch ein bisschen dauern ehe es dann zu uns kommt aber ähm sie hat halt auch gesagt dass sie gerade bei dem letzten Teil so Schwierigkeiten hat sich von dieser Serie zu verabschieden denn es ist definitiv der letzte Teil in diesem Covenant-Series Götterleuchten-Universum also ähm sie meinte dass die Dämon-Tochter-Reihe ihre allererste Reihe war die sie geschrieben hat und dass es ihr deswegen halt sehr 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 schwer fällt ähm davon Abschied zu nehmen weil sie halt weiß sie wird nie wieder in dieses Universum zurückkommen und ähm wo ich das gehört habe war ich auch so ein bisschen traurig aber ich kann sie natürlich verstehen ähm ja und ich bin dann auf jeden Fall gespannt jetzt erstmal auf den dritten Teil von der Götterleuchten-Reihe der kommt ja im Dezember und äh ja mal schauen wie dann nächstes Jahr irgendwann wenn der vierte vielleicht kommt vielleicht kommt er auch aus übernächstes Jahr wer weiß wie der dann so ist und wie sie das Ende dieser Reihe gestaltet ich bin auf jeden Fall sehr sehr gespannt und die letzte Frage die für mich noch sehr sehr wichtig war als The Walking Dead Fan denn wie gesagt ähm ich weiß ja dass diese Frau auch The Walking Dead total gerne guckt ähm die letzte Frage war was für sie der schockierendste Moment in der Serie The Walking Dead war und ähm sie meinte halt für die meisten war es der Tod von Glenn ähm was ich auch ziemlich schockierend fand muss ich ehrlich sagen das war echt krass ähm das war auch echt krass gemacht also ähm ja da hat sie halt gemeint für die meisten war der Tod von Glenn der schockierendste Moment in der Serie aber für sie nicht sie hat die Comics gelesen für sie war am schlimmsten der Tod von Beth ähm sie fand es ganz ganz traurig und schrecklich wie Daryl mit Beth auf den Arm aus diesem Krankenhaus gelaufen kam und ähm Maggie sie noch erreichen wollte und es nicht mehr geschafft hat und und äh ja es hat sie sehr sehr traurig gemacht und es war sehr sehr dramatisch für sie und äh das war auf jeden Fall für Jennifer Lamentrod der schockierendste Moment bei The Walking Dead wir haben dann noch kurz gesprochen darüber ob sie viel The Walking Dead schaut sie guckt es aber sie findet die Serie nicht so gut wie The Walking Dead was ich verstehen kann also ich finde auch The Walking Dead viel viel cooler als viel The Walking Dead denn irgendwie ähm kam die Serie aus ewig nicht in Schwung und ähm auch die Charaktere sind irgendwie nicht so wie bei The Walking Dead äh vom Aufbau her und sie meinte halt auch als riesiger The Walking Dead Fan ist es natürlich schwierig an diese Serie heranzukommen sie schaut sie aber sie findet sie halt nicht so gut ich werde gerade voll hell ne das ist total krass kann ich es irgendwie dunkler machen? Ne ähm ähm sorry dass ich hier gerade extrem hell werde die Sonne kommt gerade raus ähm sie guckt auf jeden Fall gerade die Serie The Strain ich weiß nicht wer von euch die kennt ich weiß dass Niki sie kennt und geschaut hat und dass Niki auch die Bücher gelesen hat und ähm sie findet die Serie richtig richtig cool sie hofft aber dass wir niemals in so eine Situation geraten werden wie in der Serie und äh ja ich hab die Serie auch schon auf jeden Fall nachdem Niki sie mir empfohlen hatte auf der Wunschliste und ja wenn Jennifer Lamentrod die Serie guckt werde ich sie mir wohl das nächste Mal angucken müssen wahaha und äh ja Game of Thrones schaut sie auch und sie fand die letzte Staffel gut obwohl viele ja gesagt haben dass die Staffel nicht so gut war aber ihr hat sie richtig gut gefallen und sie fand es am coolsten ähm diese Folge wo die Drachen auch die Lannisters das erste Mal getroffen sind und äh sie fand den Blick von Jaime Lannister so toll und dass ich verstehen kann ich hab diese Szene diese Folge auch total gefeiert bei Game of Thrones und sie meinte halt auch dass die ganzen vielen Drachenszenen in dieser Staffel richtig richtig gut waren und dass ihr das richtig gut gefallen hat und äh ja hab ich mir jetzt noch irgendwas anderes dazu aufgeschrieben Moment jetzt muss ich nochmal gucken ähm nein ja ich glaube das war so das Gröbste ähm vom Interview für euch jetzt nochmal übersetzt was sie so gesagt hat was ich jetzt so davon mitgenommen hab dann hat sie natürlich ja noch unsere Bücher signiert und ich weiß nicht ob ihr das im Video gesehen habt sie hat auch noch Beutel signiert und ich habe mir gedacht ähm ich möchte so einen Beutel haben von ihr ich möchte nicht einfach nur ein Buch signiert haben sondern ich möchte auch was haben so für mich was kein anderer hat deswegen hab ich Beutel drucken lassen und äh weil ich ja eine Gute bin hab ich mir gedacht ich lass auch einen Beutel für euch drucken und für euch signieren und deswegen einst an dieser Stelle ich verlose diesen Beutel da steht drauf keep calm and read a book from Jennifer Armandtrout ja und wie ihr sehen könnt ist dieser Beutel von Jennifer Armandtrout unterschrieben ähm ich muss nur mein Bügeleisen noch suchen ich benutze das nie weil das ist zwar hier so ein so ein Textilstift aber da muss man mit 60 Grad einmal drüber bügeln dass die Schrift drauf bleibt sonst kann es sein dass die beim Waschen abgeht ähm ja aber auf jeden Fall verlose ich einmal an euch diesen Beutel signiert von Jennifer Armandtrout denn ich dachte mir wenn ich jetzt ein Buch kaufe und das für euch signieren lasse ist das irgendwie doof weil dann zwinge ich euch ja ein Buch zu lesen was ihr vielleicht gar nicht lesen wollt und ich denke so freut sich jeder drüber über so einen Tonbeutel und äh ja das ist mein Geschenk an euch ähm dieser Beutel signiert von Jennifer Armandtrout oh mein Gott ich kann es immer noch nicht glauben dass ich diese Frau getroffen habe ahhh natürlich müsst ihr auch etwas tun um diesen Beutel zu gewinnen und zwar möchte ich von euch einfach nochmal wissen wer ist euer liebster Charakter aus dem Jennifer Armandtrout Universum sag ich jetzt einfach mal und warum ähm ja das ist die Frage an euch also schreibt mir einfach wer euer liebster Charakter aus ihren Büchern ist und warum es euer liebster Charakter ist das müssen nicht die Hauptcharaktere sein das kann irgendein Nebencharakter sein ich feiere ja zum Beispiel auch total Bambi und Robin von Dark Elements und ich liebe Nitro Tor und Fury wer die Reihe gelesen hat wird wissen was das ist und wen ich meine die finde ich auch absolut genial die Charaktere also ja meine Frage an euch wer ist euer liebster Charakter von den Jennifer Armandtrout Büchern und warum ich lasse das Gewinnspiel jetzt exakt 14 Tage laufen danach los ich aus und werde den Gewinner informieren und ähm ja ich schreibe alles nochmal unten in die Infobox also bis wann das Gewinnspiel läuft die Teilnahmebedingungen und 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 wie ihr es von mir gewohnt seid ansonsten wie immer gilt Teilnahme unter 18 mit Einverständniserklärung der Eltern versand nur innerhalb von Deutschland äh keine Barauszahlung des Gewinns und ähm ja ich glaube das war es auch so ein grob ansonsten alle Infos zur Teilnahme unten in der Infobox und äh ja ich drücke euch die Daumen und wünsche euch ganz ganz viel Spaß beim Gewinnspiel ich hoffe euch hat mein Interview mit Jennifer Armandtrout gefallen für mich war es auf jeden Fall ein einmaliges Erlebnis und äh ich hab das immer noch nicht so hundertprozentig realisiert dass ich diese Frau wirklich treffen durfte und äh ja ich bin ich bin so happy und glücklich und ich werde mir das Foto was ich von ihr habe mit Sina und mir das werde ich irgendwo groß mir in die Wohnung hängen ich äh bin einfach so glücklich da drüber und vielen vielen Dank nochmal an die Jenny an dieser Stelle ich danke 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 dass du mir das ermöglicht hast und äh ja jetzt habe ich viel zu viel erzählt und viel zu lang gelabert und es tut mir leid und äh ja ich bedanke mich danke mich an dieser Stelle wie immer fürs gucken wünsche euch noch eine schöne Woche bis zum nächsten Mal macht's gut tschüss